Deutschland sucht den Superstar, ist zurück, mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi sowie dem neuen Damen-Doppel Beatrice Egli und Loredana, die Kata Krasovic und Leonie ersetzen. Und noch etwas ist anders. Wie, Germany's Next Topmodel, verzichtet jetzt auch DSDS komplett auf die Altersgrenze nach oben. Schon die ersten Minuten der 21. Staffel lassen keinen Zweifel daran, dass die erfahrene Konkurrenz sich bei den Castings im Europapark Rust nicht scheute, gegen die jungen, freshen und phänomenalen Kandidaten, wie es Pietro Lombardi sagt, anzutreten. 66, 81 und sogar 92,5 Jahre alt sind einige Teilnehmer, was Rapperin Loredana fast dahinschmelzen lässt. Wenn ich wüsste, dass ich wie sie werden, dann will ich unbedingt 92 werden. Ja, man braucht sie eben, die Kandidaten, die ans Herz gehen, wie es DSDS-Siegern Beatrice Egli ausdrückt. Denn neben tollen Performances wird den Zuschauer selbstverständlich auch eine gehörige Portion Trash-TV geboten. So legt Hellseher Florian Ratholke aus Berlin zum Song, Ice Cream, von 24 Tim nicht nur einen Strip hin, sondern ölt sich auf der DSDS-Bühne gleich noch den fast nackten Körper ein. Florian bezeichnet sich selbst als, Burner, und gibt sich siegessicher. Ja, schließlich habe er seinen DSDS-Auftrag, von oben, bekommen. Meint, der Kandidat hat Kontakt zu Engeln und der geistigen Welt. Ach, ja, und er hat laut eigenes Aussage die meisten Silikonimplantate in ganz Deutschland. Gut, dass es da noch die reiferen Teilnehmer gibt. Dem Spirit der 21. Staffel entsprechend, eröffnet der 61-jährige Nissem Misrahi aus Hamburg den kunterbunten Casting-Reigen. Der alleinerziehende Vater dreier Kinder betreibt in der Hansestadt eine Bar, von der aus er täglich über TikTok kleine Konzerte streamt, vor bis zu 50.000 Zuschauern. Er will Dieter Bohlen mit Walking by Myself von Gary Moore und How am I supposed to live without you von Michael Bolton überzeugen. Ich bin nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte, lautet sein Masterplan und geht mit Dieter Bohlen direkt mal auf Konfrontationskurs. Doch auch in der Jury scheint es Unstimmigkeiten zu geben. Ich mach nicht mehr mit, ich lass mich doch hier nicht verarschen, sagt Loredana in einer Szene, bevor sie das Jurypult verlässt.